An einem Ort sehr weit weg, bei denen in einer anderen Galaxis passieren spannende Dinge. Anakin fährt ein Rennen, doch die Jedi-Ritter nehmen ihn in letzter Sekunde noch mit. Und oh, was passiert? Darth Maul attackiert sie! Doch Anakin findet trotzdem die Liebe, doch verliert seine Mutter. Oh, Tränen fließen, es ist ein dramatischer Augenblick. In der Arena kämpfen sie mutig, doch die böse Seite der Macht zerrt an ihm und gewinnt. Während die Zwillinge geboren werden, wird sein Gesicht entstellt und Darth Vader wird geboren. Denn Lea kommuniziert mit R2D so, weil sie ihr Schicksal schon sieht, während Luke ein Jedi wird. Yay! Und er kann endlich Lea befreien. Sie laufen weiter, doch leider Obi-Wan stört. Und der Todesstern wird getötet, auch. Er kann sterben, ein Todesstern kann sterben. Während Luke ausgebildet wird von Yoda und Han Solo erfriert. Doch ich bin dein Vater? Oh nein, Han Solo ist wieder da, er ist unter den Gebenen und die Ewoks helfen, mit denen zu bekriegen. Und die gute Seite der Macht gewinnt. Alle feiern. Yay! Viel zu lernen, du noch hast. Ahem. Oh. Hm. Vielen Dank.